Ich bin Martin Förster von Walwitzburg-Dessau e.V. und wir haben uns vorgenommen, den historischen Bahnhof Walwitzhafen wieder zu sanieren und es sollen dort Ferienunterkünfte und Dienstwohnungen für unsere Bundesfreiwilligen entstehen. Dazu sind wir gerade dabei, das Dach zu sanieren und dazu bitten wir Ihre Unterstützung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017